Schönen guten Tag, wieder recht herzlich willkommen bei TweakPC. Wir machen heute einen kleinen Bastelartikel und zwar wir bauen eine RX 550 auf einen passiven Kühlkörper um. Warum machen wir das Ganze? Einfach aus Interesse. Soweit mir bekannt gibt es bei uns auf dem Markt keine einzige RX 550, die passiv gekühlt ist, obwohl es die TDP von 50 Watt zulassen würde, dass man sie passiv kühlen könnte. Deshalb machen wir das jetzt heute einfach mal und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wir haben uns dafür hier eine RX 550 besorgt, nämlich das ist eine MSI Aero, kostet um die 100 Euro circa bei uns. Vielleicht habt ihr auch noch eine RX 550 zu Hause. So sieht auf jeden Fall das Kärtchen aus, braucht keinen Stromstecker, relativ kompakt gehalten das Ganze. Und ansonsten anzumerken ist auch, der Lüfter ist extrem leise, der kühlt auch ausreichend, alles überhaupt kein Thema. Dennoch, wir bauen heute das Kärtchen einfach mal um. Was brauchen wir noch neben der Karte? Ganz klar, einen Nachrüstkühler. Da habe ich ein bisschen in meiner Gruselkiste gekramt und dann habe ich hier den Alpenfilm Peter 2 mir rausgesucht. Der war vor vielen Jahren ein Grafikkartenkühler, der wirklich sehr viel Bums hatte, vor allen Dingen, wenn er noch Lüfter drauf packt, wird leider nicht mehr produziert. Allerdings für solche Bastelvorhaben das ideale Gerät. Und dann würde ich sagen, bauen wir doch die Karte jetzt einfach mal um. Was gibt es jetzt zu beachten, wenn man zum Beispiel hier jetzt den Originalkühler von der Karte demontiert? Werde ich ab und zu mal gefragt. Ganz einfach, wir schauen uns das Ganze mal von der Rückseite an. Da wird auch ersichtlich, ihr habt hier vier Schrauben jetzt in unserem Fall und eine Schraube ist mit diesem Aufkleber hier versehen. Wird dieser Aufkleber beschädigt, indem ihr zum Beispiel den Schraubenzieher reinsteckt und den Kühler abmontiert, kann es sein, dass ihr dann Probleme mit der Garantie bekommt. Darauf solltet ihr achten, wenn ihr zum Beispiel eben eure Karte auseinanderbaut. Nichtsdestotrotz, wir schrauben jetzt den Originalkühler ab und bauen mal den Alpenfön Peter 2 drauf. So, Peter 2 ist auf der RX 550 montiert. Ihr habt gesehen, das Ganze geht relativ problemlos, da wir hier nur vier Bohrungen in der Platine haben. Karte legt natürlich durch diesen Kühler enorm an Gewicht zu und auch an der Länge. Ihr seht hier hinten raus, das steht jetzt quasi über. Das heißt, je nachdem, wo ihr das gute Stück dann einbaut. Wenn ihr es umgebaut habt mit diesem Kühlkörper zum Beispiel, braucht ihr ein bisschen Platz und jetzt würde ich sagen, wandert das ganze Teil mal in den PC. Ja, werfen wir mal einen kurzen Blick drauf, wie das ganze Teil eingebaut aussieht. So sieht es aus. Ihr seht, mit dem Peter 2 tut die RX 550 dann quasi das ganze Mainboard überdecken. So sieht es aus. Und ich würde sagen, gehen wir zu den Leistungsmessungen, denn das ist ja das Interessante, wenn man eine Karte umgebaut hat. Kommen wir nun zum interessanten Teil des Tests. Das sind ganz klar die Temperaturmessungen. Wir sind einfach ein bisschen in Witcher 3 hier rumgeritten und haben uns mal angeschaut, wie sich da die Temperatur dann so entwickelt. Um das Ganze noch kurz in den Diagramm zu packen, so sieht das Ganze aus. Im Windows-Betrieb haben wir so um die 30 Grad dann ohne Lüfter mehr als angemessen. Unter Vollast sind es dann um die 65 Grad. Auch das ist noch mehr als im grünen Rahmen. Kommen wir abschließend zur interessanten Frage. Kann ich eine RX 550 passiv kühlen? Diese Frage kann eindeutig mit Ja beantwortet werden. In unserem Fall ja mit dem Peter 2 geht das Ganze ohne Probleme. Wie ihr gesehen habt, Unterlass zu um die 65, 66 Grad. Ist mehr als in Ordnung für die Karte. Muss anmerken, wir hatten keinen Airflow im Gehäuse. Sprich, wenn ihr da noch einen habt und Seitenteile zu und so weiter, dann sinkt die Temperatur da noch etwas. Nichtsdestotrotz hat gezeigt, eine RX 550 kann man problemlos auf einen passiven Betrieb umbauen, wenn man das machen möchte. Man muss es nicht weder wegen der Lautstärke noch wegen der Temperaturen. Das hier war jetzt einfach nur mal so eine kleine Machbarkeitsstudie. Ist auf meinem eigenen Mist gewachsen, weil mich persönlich das einfach mal interessiert hat. Was muss man noch beachten? Wenn ihr das selber machen möchtet, ihr müsst vielleicht damit leben, dass die Garantie eurer Karte weg ist. Auch ihr solltet einen Kühler verwenden, der grob hier dieselbe Kühlfläche hat wie der Peter 2 von Alpenfön. Denn auch 50 Watt müssen natürlich irgendwo hin abgeführt werden. Das wäre es soweit von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben da lasst und natürlich ein Abo, wenn euch unser Kanal gefällt. Ansonsten Fragen, Anregungen und Kritik auch gerne die Kommentarfunktion benutzen. Ich bin der Jan, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao!